Oh, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt. Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten 4Pillar Survival Folge. Ja, letztes Mal hatten wir uns das Neto Portal gebaut. Beziehungsweise Shadow TS hatte da hinten das Neto Portal gebaut. Der ist heute gar nicht dabei. Ja, ob er demnächst mal wieder in der Folge dabei ist, weiß ich im Moment noch gar nicht. Das wird sich demnächst zeigen. Im Moment hat er sich krank gemeldet. Da müssen wir dann einfach gucken. So, das Problem war ja, dass unser Neto Portal in den normalen Neto geführt hat und nicht in den 4Pillar Survival Neto. Da muss ich die Tage mal gucken, in einer der nächsten Folgen wahrscheinlich. Weil ich habe jetzt im Moment keine Lust Obsidian abzubauen. Sondern ich will die Monsterfalle weiter bauen. Und ja, das wird man jetzt auch machen. Und dann sehen wir mal weiter, wie weit wir da kommen. Weil die Monsterfalle brauchen noch einiges an Holz. Wir müssen ja noch den kompletten unteren Weg bauen, wo die Monster dann runterfallen. Und deshalb geben wir hier jetzt gleich Gas mit dem Holzabbau. Sieht ja ganz ordentlich aus, was hier rauskommt. Das ist irgendwie so unförmig der Baum. Aber scheint okay zu sein. Ich weiß gar nicht, ob man letztes Mal noch irgendwelche Bäume abgebaut hat. Ja, da hat man noch was. Da haben wir ja noch was. So. Das Problem ist, ich bräuchte jetzt eigentlich auch Wasser. Das hieße, unser ganzes Feld hier muss ich jetzt erst wieder abbauen. Weil ich muss ja das Wasser mitnehmen. Das ist ja der Nachteil davon, dass bei uns im Neter kein Survival-Neter ist. Sondern ein normaler Neter. Und irgendwie backe ich die ganze Zeit ein bisschen durch die Gegend. So. Also danach muss ich auf jeden Fall auch noch mal gucken. Aber wir gehen jetzt erstmal da rüber. Und bauen mal ein bisschen nach unten. Ich bin da oben noch gar nicht fertig. Sieht gerade so aus. Oh. Oh. Nein, nein, nein. What the fuck. Das sind ja schon voll die Monster drin. Das habe ich jetzt nicht so erwartet. So. Wir machen hier jetzt Wasser hin. Machen wir hier Wasser hin. Ich muss gucken, dass es nur ein einzelner Strang ist, der nach unten führt. So, glaube ich. Oder? Theoretisch, ja. Praktisch. Hat er da unten wieder das Wasser mitgenommen. Und dann müssen wir hier nämlich noch nach unten graben. Äh, uns nach unten bauen. Und zwar haben wir hier, äh, ein Block, zwei Block, drei Blöcke. Drei Blöcke, äh, vier, fünf, sechs, sieben, acht, acht, neun, zehn. Ja, das sind zehn. Waren das jetzt zehn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, das sind zehn. Zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Nicht rausfallen, nicht rausfallen. Sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig, einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreienundzwanzig, vierundzwanzig, fünfundzwanzig, sechsundzwanzig, siebenundzwanzig, achtundzwanzig, neunundzwanzig, dreißig. So, und hier können wir jetzt eine weitere Plattform errichten. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Holz dabei. Wackeln. Ähm, muss ich gerade mal gucken. Der Mitte-Block ist hier, glaub ich. Oder? Ja, ich glaub schon. So... Wir gehen zwei noch nach außen. Wenn das der Mitte-Block ist, ist hier Wand. So, und dann kommt hier noch eine Fackel hin. Ja, wir müssen einfach drauf achten, dass hier genug ausgeleuchtet ist. Sonst haben wir nachher ein Problem, wenn hier unten auch die Zombies spawnen. da wird's dann richtig wild, also im Moment sind sie ja schon oben, was ja eigentlich nicht so sein sollte. Aber wenn's so ist, dann akzeptieren wir das einfach mal so. Und dann gucken wir mal weiter. So, hier ist, warum ist hier noch ein Block? Weiß ich nicht. Okay. So. Also, wenn ich's jetzt richtig gebaut hab, ist hier noch eins versetzt, dann 3x3. ja, dann müsste es fast so passen. Nein, 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 nein. So, ist brav. So, dann gehen wir mal nach oben. Natürlich, das Problem hier immer beim Skyblock ist, dass man im Wasser, sobald das an irgendeinem Block drangeht, viel zu langsam nach oben kommt. Deshalb ist eigentlich eine Wassersäule, die alleine steht viel besser, da kann man viel schneller nach oben schwimmen. So, jetzt guck ich mal, ob ich hier den Punkt richtig getroffen hab. Ja, das passt. Das passt. Okay. Gehen wir mal hier hin und gucken nach oben. Das Wasser machen wir jetzt mal weg. Hier haben wir auch mal gleich Luft. So, äh, hier, wo kommt der auch noch? Ja, da kommt auch noch was hin. So. Gut. Jetzt müssen wir, hier nochmal ein Wasser, ein Wasserloch hin, so zu sagen. Da unten steht auf dem einzelnen Teil ein Enderman. So, hier, das Wasser geht jetzt nach unten. Gucken wir mal, wo es ankommt. Direkt eins daneben. Perfekt, so sollte es sein. Dann kommen wir hier schnell hoch und runter. Wir gehen jetzt mal hier runter und sammeln noch das ganze Zeug ein. Da ist nämlich gar nicht so zu verachten. Wir müssen ja nicht unnötig irgendwelches Zeug verschwenden. So. So. Und wir bauen uns jetzt eben hier mal kurz nach oben. das werde ich ein bisschen in Zeitraffer setzen. Und, äh, warte mal. Haben wir überhaupt so viel Holz? Ich hoffe mal. Okay, ähm, bis später. 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 technisch überlegen das heißt da kommt irgendein akzent noch an den turm deshalb machen wir das jetzt gerade noch mal auf den einen seiten auf den zwei seiten hier weg was hier umlegt und dann machen wir hier mal auf und das sehen wir schon wir haben schon den ersten gut gekriegt wir haben schon hier ein knochen und zwei pfeile also das heißt es funktioniert das ist natürlich sehr cool um machen wir mal zu wie machen wir das alles lassen wir einfach mal so das ist der erste teil der monster falle jetzt müssen wir oben noch mal einiges verbauen beziehungsweise verbessern m und dann sind wir bald schon zu weit das Problem ist natürlich wir haben noch keinen Weg der jetzt nach unten führt den müssen auch noch bauen aber hier auf oder ist uns gelitten sterbt monster das problem ist das skelett und was da noch steht und ich weiß nicht was da noch rumsteht ich futter mal schnell was und dann werde ich hier ja hier attacke machen ich darf nur nicht in der mitte runterfallen das wäre grandios da steht schon was da steht schon ein creeper jetzt kann es gerade nachgeworden natürlich scheiße weil er ist natürlich der monster sporn bisschen höher wo es lebt es lebt es lebt es lebt es lebt boah es lebt irgendwie steht hier packen verteilt so einig sollte das reichen was fackeln angeht dann können wir hier auch noch voll fertig bauen weil dann haben wir diese folge richtig was geleistet dann ist die monster falle jetzt fertig fast natürlich fehlt uns noch wasser aber wie gesagt da muss ich erstmal noch das problem beheben dass wir einen normalen netter hier haben und somit kein zusätzliche wasserressource was es ja eigentlich im skyblock im netter gibt das wird wieder so eine herausforderung aber ich glaube das das reicht auch gar nicht wir haben kein holz mehr naja aber egal wir haben heute schon einiges geleistet ich gehe mal gerade hier hoch um zu gucken wie es hier aussieht alles gut keine monster alles perfekt so und wenn wir jetzt da gucken dann sehen wir hier den ja den turm der monster den monster turm hier oben werden die monster spawnen die werden dann mit wasser in die mitte getrieben und fallen da dann in einem 3x3 so dass auch spinnen runterfallen können fallen nach unten und unten kann man dann einfach den loot einsammeln ja ich bedanke mich an dieser stelle fürs zuschauen nächste folge vielleicht wieder mit chat.ts das werde ich euch dann berichten bis dahin erstmal vielen dank fürs zuschauen ciao mycraft